Musik Der Winner in der Kategorie Take-away ist... Ich habe das! Es ist hier! Dass wir überhaupt als Kebab-Restaurant nominiert sind und so einen Preis entgegen haben durften, macht uns unheimlich stolz. Wir sind wirklich glücklich, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist okay! Wir sind total überrascht, weil wir schon das dritte Mal auf dieser Bühne sind. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch einmal die Kremse hineinkommen. Und von daher sind wir komplett total happy mit der ganzen Efe, die wir gemacht haben. Und wir fühlen uns hier richtig gut, einfach ein bisschen gut. Gleich präsentieren wir Ihnen den Besten, den Sieger... ... und die Sieger in Art. Der Winner ist... ...Eat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat. Wir freuen uns! Wir freuen uns mit uns! Schrauben uns heute und Alan von mobilaken girlfrienden, ganz gut mit der Anst перекr schools und Gästen Arup-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat-Beat. Vielen Dank.